Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Pläne, Zeit mit einem engen Freund oder romantischen Partner zu verbringen, könnten auf unerwartete Hindernisse stoßen, die sich deiner Kontrolle entziehen, Steinbock. Plätzliche Ereignisse oder Umstände könnten deine Fähigkeit, effektiv zu kommunizieren, beeinträchtigen. Es könnte zu Verzögerungen und unvorhergesehenen Herausforderungen bei den Vorbereitungen kommen. Verliere aber nicht die Hoffnung und gib deine Ziele nicht auf. Auch wenn sich der Zeitplan geringfügig ändert, wirst du letztendlich erreichen, was du dir vorgenommen hast. Akzeptiere die Realität der Situation und sei flexibel genug, um deinen Zeitplan entsprechend anzupassen. Denke daran, dass unerwartete Ereignisse ein natürlicher Teil des Lebens sind. Nimm dir die Zeit, auf dein Aussehen zu achten und darauf, wie du dich der Welt präsentierst. Dabei geht es nicht nur um Oberflächlichkeit, sondern auch darum, deine eigenen einzigartigen Qualitäten und Stärken zu erkennen und zu schätzen. Wenn du dich bemühst, gut auszusehen, erkennst du auch an, was du an dir bewunderst und in welchen Bereichen du dich verbessern kannst. Das kann so einfach sein wie ein neuer Haarschnitt oder regelmäßiger Sport. Die Verbesserung deines Aussehens kann sich positiv auf deine Selbstwahrnehmung auswirken und dich dazu inspirieren, weitere Schritte zur persönlichen Weiterentwicklung zu unternehmen. Anfangs magst du dich vielleicht verärgert oder verunsichert fühlen, wenn du neue Informationen erhältst. Mit der Zeit wirst du jedoch erkennen, dass dieses neu gewonnene Wissen genau das ist, was du brauchst, um dich in die richtige Richtung zu bringen. Auch wenn sie dich unvorbereitet getroffen haben, haben diese Informationen das Potenzial, dir Klarheit zu verschaffen und deinen Entscheidungsprozess zu lenken. Nimm sie als Katalysator für positive Veränderungen und Fortschritte an. Die aktuelle astrale Konstellation kann zu einigen Verzögerungen oder Rückschlägen in deinem Liebesleben führen. Vielleicht hast du dich auf eine Gelegenheit gefreut, die deine romantischen Aussichten deutlich verbessern könnte, und musst nun feststellen, dass sie sich nicht sofort manifestiert. Lass dich aber nicht entmutigen, denn der Schein kann trügen. Auch wenn die Dinge an der Oberfläche ruhig erscheinen, sind subtile Kräfte am Werk, die den Lauf der Dinge allmählich beeinflussen. Vertraue darauf, dass hinter den Kulissen Fortschritte gemacht werden und das gewünschte Ergebnis schließlich eintreten wird. Mach dich auf einen himmlischen Tanz gefasst, der heute deine volle Konzentration erfordert, Steinbock. Der Kosmos sendet starke Energien aus, die dich dazu auffordern, wachsam, aufmerksam und offen für Chancen zu sein. Wenn sich die Planeten ausrichten und ihre mystischen Fäden weben, überbringen sie eine tiefgründige Botschaft, der Weg zu Wachstum und Erfolg ist zugänglich, aber er erfordert deine aufmerksame Beobachtung. Achte auf versteckte Hinweise, subtile Andeutungen und Synchronicitäten, die über den Tag verteilt sind, denn sie enthalten wertvolle Erkenntnisse und Hinweise. Mit dem Eintritt von Mars in die Jungfrau und Merkur in den Löwen treten bedeutende planetarische Veränderungen ein. Diese transformative Energie bietet dir die Möglichkeit, in dich zu gehen und verdrängte Emotionen oder ungelöste Probleme anzusprechen, denen du bisher vielleicht ausgewichen bist. Offene und ehrliche Gespräche über deine Gefühle mit vertrauten Personen können sowohl heilend als auch belebend sein. Lass dich auf diese Energie ein und erlaube dir, aufgestaute Tränen, Emotionen oder Unsicherheiten, die auf deinem Herzen lasten, loszulassen. Dieser Prozess des emotionalen Loslassens wird zu deinem persönlichen Wachstum und Wohlbefinden beitragen. Deine Anwesenheit ist wichtig, wenn wir uns täglich auf die Suche nach den mystischen Energien machen, die unser Leben bestimmen. Zögere also nicht, in die himmlischen Strömungen einzutauchen, indem du unten einen Kommentar hinterlässt und dein persönliches Horoskop und die darin enthaltene positive Botschaft beanspruchst. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Die zwei Karten, die heute gezogen wurden, sind das Ast der Münzen und der Wagen. Das Ast der Münzen steht für Neuanfänge, materielle Möglichkeiten und Überfluss. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute einen Neuanfang im Bereich des materiellen Reichtums, der Ressourcen und der Stabilität vor dir hast. Sie steht für das Potenzial für finanzielles Wachstum, Erfolg und die Erfüllung deiner Wünsche. Diese Karte ermutigt dich, die Chancen zu ergreifen, die sich dir bieten, und praktische Schritte zu unternehmen, um eine solide Grundlage für deine Ziele zu schaffen. Das ist der Münzen erinnert dich daran, Vertrauen in deine Fähigkeiten zu haben, Fülle zu schaffen und das Potenzial für Wohlstand in deinem Leben zu nutzen. Neben dem Ast der Münzen haben wir den Wagen. Diese Karte steht für Entschlossenheit, Willenskraft und eine Reise zum Sieg. Sie steht für das Bedürfnis nach Gleichgewicht und Kontrolle, wenn du durch die verschiedenen Aspekte deines Lebens navigierst. Der Wagen erinnert dich daran, deine innere Stärke und deinen Antrieb zu nutzen, um Hindernisse zu überwinden und zielstrebig voranzukommen. Diese Karte ermutigt dich, deine Energien zu bündeln und dich auf deine Ziele zu konzentrieren. Sie zeigt dir, wie wichtig es ist, eine klare Vision zu haben, Absichten zu fassen und entschlossen zu handeln. Der Wagen erinnert dich daran, dass du die Macht hast, dein Leben in die Richtung zu lenken, die du dir wünschst, und durch deine Entschlossenheit und Beharrlichkeit Erfolg zu haben. Zusammen bilden das Ast der Münzen und der Wagen eine dynamische Kombination für den Tag. Das Ast der Münzen hebt neue Anfänge und materielle Möglichkeiten hervor, während der Wagen die Notwendigkeit von Konzentration, Entschlossenheit und dem Willen, deine Ziele zu erreichen, unterstreicht. Nimm heute die Energie des Ast der Münzen an, indem du offen für neue Möglichkeiten bist und die Chancen ergreifst, die sich dir im Bereich des materiellen Wohlstands und der Stabilität bieten. Vertraue auf deine Fähigkeit, Reichtum zu manifestieren und unternimm praktische Schritte, um eine solide Grundlage für deine Ziele zu schaffen. Verkörpere gleichzeitig die Energie des Wagens, indem du dir deine Willenskraft und Entschlossenheit zunutze machst. Konzentriere dich auf dein gewünschtes Ergebnis und behalte eine ausgewogene Herangehensweise bei, während du alle Herausforderungen und Hindernisse meisterst, die sich dir in den Weg stellen. Nutze deine innere Stärke und deinen Antrieb, um alle Hürden zu überwinden, die sich dir in den Weg stellen. Diese Deutung steht für einen Tag des Aufbruchs, der Entschlossenheit und des Vorwärtsdrangs. Mach dir die Energie des Ast der Münzen zu eigen, indem du für die Chancen, die sich dir bieten, empfänglich bist. Bringe deine Energien und Absichten mit der kraftvollen Energie des Wagens in Einklang, damit du mit Zuversicht und Zielstrebigkeit vorwärts gehen kannst. Denke daran, dass du konzentriert, entschlossen und ausgeglichen deine Ziele verfolgst. Vertraue auf deine Fähigkeit, Reichtum zu manifestieren und alle Herausforderungen zu meistern, die sich dir stellen könnten. Indem du die Qualitäten des Ast der Münzen und des Wagens kombinierst, kannst du zielstrebig, widerstandsfähig und mit dem Potenzial für materiellen Erfolg durch den Tag gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen! Links findest du eine Schlafhypnose für schnelleres und sanfteres Einschlafen. Rechts findest du dein aktuelles Wochenhoroskop. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Bis bald!